Es ist kalt. Es regnet. Es scheint. Es scheint. Es scheint. Warm. Es schneit. Es schneit. Das Wetter ist schön. Ich bin glücklich. Ich bin traurig. Ich bin hungrig. Ich bin durstig. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Wann können wir uns treffen? Wo können wir uns treffen? Wo können wir uns treffen? Wie spät ist es? Es ist 3 Uhr jetzt. Es ist 3 Uhr jetzt. Ich habe einen Termin um 15 Uhr. Ich habe einen Termin um 15 Uhr. Ich habe einen Termin um 15 Uhr. Er ist in die Versammlung. Er ist in die Versammlung. Sie ist in der Konferenz. Die Dame befindet sich außerhalb der Stadt. Die Dame ist mit dem Anwalt beschäftigt. Die Dame ist mit dem Anwalt beschäftigt. Ich habe einen Termin um 15 Uhr. Wo kann ich den Film entwickeln?